Witzmann stellt flexibel, metallisch, elementär. Es ist ein Familienunternehmen, in dem es wahnsinnig viel Spaß macht zur Arbeit. Kein Produkt ist gleich, jedes Produkt ist anders. Und jeden Tag war da eine neue Aufgabe auf einen, die man einfach versuchen muss, souverän zu lösen. Bei einem Kunden in Norwegen, da haben wir eine Subsea-Anwendung, das heißt 3000 Meter unter Wasser, braucht er genau einen Teil, das zu ihm passt. Wir sind Marschneider, wir sind Managing Flexibility. Und bei Witzmann kann man als Ingenieur wirklich Dinge bewegen, gestalten und verändern. Die Arbeitszeiten kann man flexibel gestalten. In unserer Abteilung kommt der erste um sechs, der letzte um halb zehn. Wir haben eine sehr große eigene Ausbildung mit fast einigen, mit Asitis. Ich mache Technik und Vertrieb promeniert, das heißt, ich habe immer sehr viel Abwechslung. Mal muss ich mit einem Einkäufer reden, mal mit einem Ingenieur. Also es wird eigentlich viel langweilig. Wenn Sie Lust auf Technik, spannende Aufgaben und tolle Kollegen haben, dann würden wir Sie sehr gerne kennenlernen.